die karre ist schwer deswegen ist es auch so schwer mit der was 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 und herzlich willkommen ladies and gentlemen an dieser wunderschönen freitag zu einer weiteren knusprigen folge let's play gta 5 online zusammen mit sky hallöchen ja ich sehe mal sitzung gestartet und jetzt mal weitergehen würde aha aha ja hast du aufschlag gedrückt wunderbar so eine hot oder schrott map ja mehr muss ich nicht sagen hot oder schrott ist nicht meins aber ja gut kann man ruhig auch mal machen ich war rechts weil da steht irgendwann vor wegen losers aha der gerade hochfahren wcf muss ich dann nach rückwärts der tue fahren oder was das ist so einer oh nein bisschen zu viel gedreht ok als map von mrs god himself ok ich drehe mich zu krass ok müssen wir noch ein bisschen damit arbeiten hauptsache ich habe die wahrscheinlich geilere karre dafür ich habe es so tanklässig ich verkack es aber trotzdem aha 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 nein das ist ein bumper oder mhm mhm ja hoch da sky hat schon oder was jup richtig frech oh attraktion sie glänzt auf jeden Fall ja dreifach wechseln und sultan die dinger sind geil da kannst du richtig oi 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 man hätte es jetzt theoretisch sogar schicken können das ist jetzt nicht mein ernst oder oho oho ok ich habe mich gerade ein bisschen bull scheiße an fahr doch weißt du manchmal dreht es sich richtig gut also dreht er sofort und manchmal weiß ich nicht mhm ich habe das nicht gefixt bekommen ich habe da mal viele sachen ausprobiert aber das bonk ist mittig das ist gut das ist ein bisschen merkwürdig oh ok fuck was oh jawoll links oh oh infernos oh jetzt wird es harry oh ja ok mit dem äh du hast bei der weite das schlechtere auto ja das habe ich wieder was sag du ich habe den ich habe den zur russu super sportwagen richtig frech oh nein was das ist aber auch der schwerste punkt auf der map und das was danach kommt mhm 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 bis mhm 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 cing mhm 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 Neeeey! No! Klar! Ja, how? Das geht? Ja, wow, aber nicht, wenn man Ares heißt. Hahahaha Aufpassen, Container noch in der Mitte. Hallo! Alter, Vollmusi da durch, ne? Oh, endlich! Oh, ich dachte, ich bin kaputt vorbei. Wow! Der Troll klappt immer wieder. Alter, ich hätte nicht... Da muss ich ein bisschen gegenlenken, glaube ich, wäre es nicht ganz mittig. Boah, ich hätte dich gefickt. Ja! Ganz genau. Ja! Hä? Nein! Mickey Maus ist da, hallo! Sieht so aus, ja? Mickey Maus versteckt. Ah, der sollte es doch werden. Man kann es nicht versehenlich reinspringen. Alles gut. Gut, äh, links. Das so? Oh, ist schon da nicht mehr. Äh, das ist der Nero. Ja, moin, ich bin am Arsch. Ich hab den Club. Ich hab den Club. Haha! Ich hab den Nero. Das ist ganz eindeutig, der Nero. Nee, das ist der Frax. Das siehst du hinten in der Lichtung dran. Hm. Egal. Real-Life-Anspielung auf den Bugatti Diro. Sagen wir es mal so, ich hab ein Auto. Oh, fuck you, ey. Klar. Ein bisschen früher raus, dann haben wir es doch. Easy. Fack mich mal. Alter, das mit dem Club ist böse. Äh, ich bin auf den Weg nach oben. Container 1 und Container 2, Bruder. Nein! Beim zweiten Container verkackt. Hier. Hahaha! Das war grad ruhig. Ja! Haha! Ich hab dafür am ersten Container verkackt. Ja, geil! Hauptsache mit dem Club kommst du da durch. Ist schon ein bisschen erniedrigend, muss ich sagen. Ist schon echt ein bisschen erniedrigend. Kommst du den Supersportwagen nicht durch und ich komm da mit dem Club. Second try. Ey, okay. Weil ich da umlenke. Bei dem Winkel hab ich einfach... Ja, nö. Ne? Bist am Stein. Wird mal ein bisschen länger dauern, ne? Schnapp dich den Snickers. Hahaha! Schnapp euch den Snickers. Ey! Container 1. Container 2. Na, also. War das jetzt so schwer, ja? Ja, rechts oder links? Uff, ja. Ähm. Rechts. Weiß ich gar nicht mehr, welche Karre da welche ist. Ich hab den... Ich hab den... Was hast du gesagt? Warum musst du da irgendwo wechseln, man? Ich hab da, ne? Im Tunnel unten, auf die linke Seite. Ja. Erst im Tunnel unten. Du musst natürlich hier nicht wechseln, ist klar. Ich schon. Was? Was? Ah! Nein! No! Klar verkackig! Was hast du sonst? Man kennt ihn! Ego sieht's kaum Ramm hier. Ego sieht's kaum Ramm hier. Alter, du drobst aber trotzdem heftig. Trotz Forward. Bei dig nicht mehr. Trotz 21, komm mal Junge mal. Nein, der sich an. Ohohohohoho! Diese bösese院. Oder was falsch oder falsch? ja fast scheine ich komme noch mal zurück ich fahre richtig du musst ist ein bisschen verwirrend vielleicht wenn du die du hast du die spirale runter da musst du ein stück gerade fahren und da ist ein freistehender flip den musst du nehmen und dann flippst du richtig hin und der rest ist dann kommt sie zum tunnel auf die andere seite wechseln gerade hoch fertig ist das ein penispumpenverdreter der bengel das ist unglaublich penispumpenverdreter hä was wo oh ok nein da ziehe ich zu hoch und da wäre noch ein container gewesen oh nein oh mein gott mojo ab aufgebraucht böse wo flipp habe ich in der ego sicht so meine nachmachen oder ich will kein kommentar lesen von dir hä 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 Das war's dann auch schon, ne? Echt? So ein kleiner Automatic-Fahrt, ganz entspannend. Endlich alles, was er geil bauen kann. Okay, okay! Ja! Okay, ne geile Map. Geile Map. Was? In die Augen. Ja, komm rein da mit dir. Mach jetzt nicht diesen! Mach jetzt nicht diesen! Er macht den! Ah, Bruder! Ich weiß nicht, wer ist das erstes? Ja, äh... Easy! Das war nicht gewollt übrigens. In dem Fall war es nicht gewollt! Ja, ja! Ja, Ladies and Gentlemen, damit sind wir offiziell am Ende einer Episode angelangt. Wenn's euch gefallen hat, droppt ne positive Bewertung. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Checkt unbedingt die Videobeschreibung ab. Dort findet ihr diese Zucker-Map zum selber zocken. Genauso wie mein Partner, Instant Gaming, Twitch und natürlich mein Merch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage... Schöne Bede! Und noch einen wunderschönen Tag! Ciao! Ciao, ciao! 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 Ciao!